Wir hatten immer wieder Glaskannen, die irgendwann zu Bruch gingen. Eine größere Kanne aus Edelstahl haben wir schon länger und sind froh, diese kleinere Aussage gefunden zu haben. Das Fassungsvermögen reicht für zwei Personen am Morgen aus, wenn man nicht gerade Unmengen Kaffee braucht, um in die Gänge zu kommen. Nach nun einigen, vielen Kaffee aus dieser French Press, sieht sie immer noch aus wie neu. Wirkt wie für die Ewigkeit gemacht, durch das Material auch geschmacksneutral. Daher kann man nur empfehlen diese bedenkenlos zu kaufen. Lesen Sie weiter. Es tut mir leid, dass es perfekt für zwei Leute ist, ideal für vacationen, und die Kaffee stays hot viel länger als mit der Klassik-Glas-Franch-Presse. This spoon is a nice touch but I don't use it. I keep my cutlery in the drawer, not hanging from or attached to the pots, minus, and the coffee box is tightly closed too. Nachdem ich durch meine Kapselmaschine ein schlechtes Gewissen bekommen hatte, habe ich wegen des ganzen Plastikmülls, eine alte Kaffeemühle ersteigert und benötigte dafür noch einen Kaffeebereiter. Dieser sieht hochwertig, sehr edel aus und hat keinerlei Materialfehler. Durch das doppelwandige Gehäuse bleibt der Kaffee in der Kanne warm, wenn man ihn nicht sofort trinkt und er schmeckt auch sehr gut. In der Tasse landet nur der Kaffee und keine Kaffeekörnchen. Die einzelnen Teile können durch Auseinanderschrauben leicht gereinigt werden und sind sogar Spülmaschinen geeignet. Mitgeliefert werden Ersatzsiebe und ein Portionierlöffel. Ich benutze den Kaffeebereiter täglich und bin sehr zufrieden. Der Kaffeebereiter ist super. Die Lieferung war schnell und gut verpackt. Der Kaffeebereiter ist solide verarbeitet und sieht gut aus. Die Angabe mit 400 mm stimmt. Ich habe gemessen, das reicht für 2 Tassen. Hält auch länger warm als die Glaskannen. Nur zu empfehlen. Nach wenigen Tagen der Nutzung ist mein Fazit gut. Sie macht was sie soll, hält den Kaffee wärmer als eine Glaskanne, aber natürlich nicht wie ein richtiges Thermo-Gefers. Sieh schön aus, lässt sich leicht reinigen, verschleißt Teil Siebeinlage 5 mal extra der Kanne beigelegt. Wenn sie jetzt noch lange hält, top Kauf! Im Geschirrspüler landet sie nicht, ich wasche solche Dinge mit der Hand ab. Superkanne, tut was sie soll. Verarbeitung gut, und mit dem Zubehör perfekt. Der Löffel mit der Klammer ist total praktisch. Zugegeben, die kleine French-Press ist nicht wirklich billig, aber der Satz, Qualität hat ihren Preis findet hier vorbehaltlos Anwendung. Der doppelwandige Edelstahlzylinder hält den Kaffee lange heiß, das Sieb ist ersetzbar und leicht zu reinigen. Zudem schließt es perfekt ab und lässt auch fein gemahlenen Kaffee sicher am Boden. Man braucht nur mäßigen Druck ausüben und auch der Griff ist dank kantenlosen Designs sehr angenehm in der Hand. Sie ist absolut robust und darüber hinaus auch noch schick anzuschauen. Was will Mensch mehr für sein Geld? Tolles Produkt, das ich ganz klar jedem Kaffee-Liebhaber ans Herz legen möchte, oh! Genial! Leistet uns jeden Tag gute Dienste. Heißer Kaffee durch Doppelwandung. Leicht zu reinigen. Ersatzsiebe sind dabei. Viel Qualität für wenig Geld. Tolle Verarbeitung. Ich fand es anfänglich schwierig, mich für eine Kaffeepresse zu entscheiden, da es aber auch bei jedem Produkt immer auch ein paar vernichtende Bewertungen gibt. Ich habe mich dann für ein Produkt mit nicht so vielen Bewertungen entschieden, und ich habe es nicht bereut. Die Kaffeepresse macht optisch etwas hier und tut genau das, was sie soll. Die Verarbeitung ist auch gut, und der Preis hierfür gerechtfertigt. Man könnte die Schweißstellen noch einen Tick schöner verarbeiten, das tut aber der Kaffeepresse keinen Abbruch, weder optisch, noch in der Funktion. Anfänglich war ich mir aufgrund des ebenfalls doppelwandigen Deckels, auch zur Isolation, nicht sicher, ob hier beim Waschen nicht Flüssigkeit ins Innere des Deckels kommen könnte, aber der Übergang ist so verschweißt, dass hier keine Flüssigkeit eindringen kann, hier wurde wirklich funktionell G. Der Lieferumfang war auch wie beschrieben. Mit dem Löffel fange ich zwar nichts an, aber okay. Es hat jedenfalls alles bei dem Produkt gepasst und ich nutze die Kaffeepresse jetzt nicht ganz vier Wochen beinahe jeden Tag. Ich bin absolut zufrieden, daher gebe ich eine Kaufempfehlung ohne Einschränkungen. Klick Link in Description für mehr Reviews. Thanks for your watching. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.